Es gibt ein paar Wünsche, über die reden wir Frauen offen und gerne. Und dann gibt es sexuelle Wünsche, die behalten wir lieber für uns. Und genau diese sexuellen Wünsche sind die entscheidenden. Denn genau diese geheimen Wünsche, die wir vielleicht peinlich oder unangenehm finden, für die wir uns schämen, die wir uns nicht trauen zu sagen, sind dann genau die, die uns auch am meisten Lust bereiten und die uns am meisten erregen können. Deshalb ist es unglaublich wichtig, diese Wünsche zu kennen und deshalb erzähle ich dir heute von den fünf häufigsten sexuellen Wünschen, die Frauen haben, über die sie aber nicht reden. Damit du als Frau weißt, hey, okay, das ist ganz normal und das geht allen so. Und damit du als Mann weißt, ah, okay, das findet meine Frau vielleicht gut, erzähl es mir aber nicht. Ich bin Lisa Mucke, ich bin stilte Kommunikationspsychologin und Sexualtherapeutin für Frauen und Paare, die wieder mehr Lust in ihre Beziehung bringen wollen. Der mit am häufigsten genannte sexuelle Wunsch, den Frauen in sich tragen, bei dem es ihnen aber schwerfällt, ihn anzunehmen oder ihn auszusprechen, ist, im Bett dominiert zu werden, beziehungsweise einen Partner zu haben, der im Bett dominant ist und der mehr die Führung übernimmt. Und bei Frauen kann es dann entweder so sein, dass sie gar nicht wissen, dass sie diesen Wunsch haben oder dass sie denken, der Wunsch ist nicht in Ordnung. Und wenn sie nicht wissen, dass sie ihn haben, dann ist das in Beratungen bei mir meistens so, dass wir dann darüber reden und das so ein bisschen rauskommt, weil die Frau dann beschreibt, ja, also, was ich zum Beispiel total gut finde, ist, wenn mein Partner mich mal so doller gegen die Wand drückt, das fand ich irgendwie gut, oder wenn er mich so in den Haaren festhält und so ein bisschen dran zieht, oder wenn er seine Hand auf meinen Hals legt, oder wenn er meine Arme festhält und ich nicht so richtig loskomme. Das beschreiben Frauen mir manchmal und haben dann erst gar nicht so einen Zugang dazu und dann sind dann so, hm, ich weiß nicht so genau und merken dann so, ja, aber eigentlich macht das schon was mit mir. Eigentlich möchte ich das vielleicht öfter haben. Und das sind dann so diese feinen Spuren, wo man so merkt, ah, okay, da ist irgendwas. Manche Frauen denken aber auch, das ist falsch. Also manchmal haben sie diese Erkenntnis und denken dann, ja, okay, ich finde das vielleicht ganz gut irgendwie und ich habe vielleicht auch so Vorstellungen von einem Mann im Anzug, der so in einer Führungsposition ist und irgendwie ganz viel Macht hat, so ein bisschen klischeehaft. Aber das ist, ich finde das nicht, also ja, ich will jetzt kein Macho im Bett haben. Und dann kommen immer so Erklärungen, warum das vielleicht nicht richtig ist. Und manche Frauen sagen zum Beispiel auch, ja, ich hatte das früher schon mal, aber ich will das jetzt nicht mehr, weil die Beziehung damals nicht schön war mit dem Mann und deswegen möchte ich das jetzt auch nicht mit einem anderen Mann erleben. Oder sie sagen, ja, ich traue das meinem Partner eigentlich gesagt nicht so richtig zu. Ich glaube, er kann das gar nicht. Oder ich weiß nicht, ob ich mich bei ihm so fallen lassen kann. Das heißt, manche Frauen wissen sogar schon, dass sie es gut finden, aber haben dann noch so Sätze im Kopf, warum sie denken, dass es nicht funktioniert. Und das ist ganz wichtig, sich das anzuschauen, weil darin eine sehr große Ressource steckt. Und wenn du als Frau dir wünschst, dass dein Partner mehr Führung übernimmt, dass er dominant am Bett ist, dass du dich mehr hingibst, mehr die Kontrolle abgibst, dann kann es sehr gut sein, dass das ein großer Schlüssel zu deiner Lust ist und wenn du das nicht zulässt, dass du sexuell ja auch ein Stück weit was verpasst, weil es eben sein kann, dass du viel mehr Spaß an der Sexualität hättest, wenn du diese Seite mehr ausleben würdest. Und das ist jetzt auch ganz wichtig zu sagen. Also erstmal ist Dominanz nicht gleich Dominanz. Und dominiert werden heißt jetzt nicht gleich, wir haben ins Bett gefesselt und geschlagen zu werden. Da muss man nämlich differenzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dominanz. Und das eine kann sein, dass du es als Frau genießt, wenn der Partner sich um dich kümmert. Ja, wenn es also mehr so ist, dass du dich ganz hingibst und er verwöhnt dich und macht quasi genau das, worauf du Lust hast, aber eben in einem Szenario, wo du wenig machst, wo du dich eher hingibst. Das ist dann aber mehr ein, ich lehne mich zurück und genieße. Und das andere geht eher Richtung härterer Sex. Ich möchte gerne doller berührt werden, fester angefasst werden. Das sind die Sachen, die mich irgendwie anschauen, wenn es einfach so ein bisschen rougher zur Sache geht. Wichtig ist jetzt zu sagen, sehr, sehr vielen Frauen geht es so. Also tatsächlich gibt es da verschiedene Studien, wo irgendwas Unterschiedliches rauskommt. Aber man sagt so durchschnittlich, 80 Prozent der Frauen finden es gut. Und das heißt, du bist damit auf jeden Fall überhaupt nicht alleine. Und gerade wenn du merkst, du hast da Fantasien dazu, vielleicht auch Fantasien, die noch weiter gehen, in eine härtere Richtung, vielleicht auch in Richtung Erniedrigung, dann kann ich dir sagen, das ist auch vollkommen normal. Dazu habe ich schon mal ein anderes Video gemacht, was ich dir unten in der Infobox verlinken kann. Du bist da auf jeden Fall nicht allein, sondern vielen Frauen geht es so. Und da du nicht allein bist, ist es auch vollkommen in Ordnung, das zuzulassen. Und wenn man sagt, hey, man möchte sich dem gerne annähern, da gibt es natürlich so bestimmte Dinge, die man tun kann, wie eben an die Wand drücken oder die Hände festhalten. Man kann es aber auch immer sehr gut in Rollenspielen ausleben. Und so typische Beispiele, damit ich auch ein bisschen Inspiration an der Hand hast, sind zum Beispiel ein Chef und eine Angestellte oder König und Untertan. Sowas wie Lehrer und Schüler, ist klar, da ist auch so ein Machtgefälle da. Dann sowas wie Masseur und Kunde oder Fotograf und Model. Oder auch sowas wie ein Führer und Geisel. Der zweite geheime Wunsch von Frauen, über den sie nicht reden, ist, etwas Verbotenes zu tun. Etwas Verbotenes zu tun, kann man natürlich unterteilen in verschiedene Dinge. Das, was ich häufig in Beratungen höre, ist tatsächlich Sex an einem öffentlichen Ort, an dem man erwischt werden kann. Da ist ganz wichtig, dass jede Frau dann natürlich eine andere Toleranzgrenze hat, ein anderes Level an, wie viel Aufregung brauche ich und wann ist es mir zu viel. Also manche Frauen gehen da sehr weit und andere sagen, oh Gott, nee, schon die Vorstellung, dass ich nicht mit reinkommen könnte, das ist für mich total schlimm, da bin ich überhaupt nicht mal erregt. Aber was ich öfter höre, ist sowas wie Zelten gehen. Zelten gehen mit zum Beispiel Freunden, die sind dann im Nachbarset, also die können nichts sehen, aber man muss halt wirklich leise sein, weil man sonst was hören könnte. Das kann sowas sein, was so einen kleinen Nervenkitzel gibt. Oder andere verbotene Dinge ist die Vorstellung von Sex mit einer Person, die man nicht haben kann oder darf. Das kann also ein verheirateter Mann sein, jemand aus dem Freundeskreis, aber auch eine berühmte Person, die halt irgendwie nicht verfügbar ist. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, das ist ja eine schöne Fantasie, das ist ja sehr schwer auszuleben. Das stimmt, wenn man nicht fremdgehen will oder da keine offene Beziehung hat, ist es schwer, das auszuleben. Beziehungsweise es wirklich auszuleben. Was aber sehr helfen kann, ist, dass man das einbindet in eine Fantasie. Die dritte Sache, die sehr viele Frauen sich im Bett wünschen, die sie sehr gut finden, ist, im Bett zu reden. Da haben ja unglaublich viele Menschen Hemmungen vor. Also es ist gefühlt häufig so, dass man, ja, dass so ein Glaubenssatz im Raum liegt von beim Sex reden ist total peinlich und das macht die Stimmung kaputt und da muss toten Stille sein. Und das Lustige ist, dass solange man beim Sex nicht redet, findet man Reden beim Sex sehr, sehr merkwürdig. Und sobald Paare erst mal anfangen, beim Sex zu reden, sagen sie, also wenn man jetzt beim Sex nicht mehr redet, dann habe ich das Gefühl, es ist total unangenehm. Und das ist total komisch, weil dieses miteinander Reden nämlich extrem verbindend ist. Deswegen ist es auch was, was man auf jeden Fall ausprobieren kann und was eine große Ressource ist. Da ist jetzt wichtig, es muss nicht unbedingt dieser Dirty Talk sein, von wegen ich will es das und das mit mir machen. Oder das fühlt sich jetzt so und so für mich an und gerade diese ganz schmutzigen, harten Worte müssen es auch nicht sein. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, eine Sprache in Sexualität einzubinden und dadurch die Sexualität schöner zu machen. Eine Vorstellung, die ich häufig von Frauen höre, ist zum Beispiel, dass ihr Mann auf einer Fremdsprache mit ihnen redet, die sie selbst vielleicht gar nicht so gut versteht. Also zum Beispiel Englisch, Spanisch, Russisch ist ja auch eine relativ harte Sprache. Das ist was, was Frauen erregend finden können, wenn du als Mann mit ihr redest und sie vielleicht nicht alles versteht, weil es so ein bisschen so einen Fremdheitstouch mit reinbringt, der sehr aufregend sein kann. Ansonsten kann es auch einfach sein, dass man vor dem Sex darüber redet, was man gleich miteinander machen möchte. Man kann sich Komplimente machen, man kann aber auch allgemein darüber reden, was einem gefällt und was man gut findet. All das sind sprachliche Dinge, die man mit in die Sexualität einbeziehen kann, die erotisch sein können, die Sexualität verbessern können und die Frauen sich häufig wünschen. Die vierte Sache, die Frauen sehr gut finden, die sie sich vielleicht heimlich wünschen, ist, selbst dominant zu sein. Das sind Studien zufolge nicht ganz so viele Frauen, die gerne dominiert werden wollen, aber auch einige genießen es total, beim Sex aktiv zu sein, die Person zu sein, die entscheidende, die Führung übernimmt. Das heißt, was da zum Beispiel gut sein kann, ist, dass Frauen es genießen, ihren Partner ans Bett zu fesseln, weil es ja einfach so ist, dass Männer körperlich stärker sind als Frauen. Und es schwer sein kann, dominant zu sein, wenn der Partner es nicht zulässt, wenn er seine Hände aber nicht benutzen kann, dann macht es es schon mal leichter. Und ihn zu verführen, einfach mal zu machen, worauf sie Lust hat, sich zu überlegen, was sie heute machen will und das dann mit ihm zu tun, ohne dass er sich so viel einmischen kann. Dazu zählt auch, dass Frauen zum Beispiel die dominante Rolle übernehmen, indem sie ihm sagen, was er heute machen soll, wie sie es gerne hätten. Und ihnen zu sagen, ja so wie instruieren und sagen, hey, ich möchte das, ich möchte das und er folgt dem Ganzen so. Wenn man das machen möchte, gerade wenn man vielleicht auch beide Seiten ausprobieren möchte, gibt es so eine Übung von Ulrich Klemer, das ist ein Sexualtherapeut, das heißt, glaube ich, Diener und Dienerin. Und da geht es darum, dass eine Person sozusagen der sexuelle Diener ist und alles macht, was die andere Person möchte, bei einem Mal Sex. Und das beim nächsten Mal quasi getauscht wird, dass dann die Person, die Bediener oder Dienerin war, dann die Person ist, die das Sagen hat und die andere Person zu Diensten steht. Sodass jeder einmal die Führung übernehmen kann und ganz klar sagen kann, wo es lang geht, ohne dass es irgendwie komisch ist. Sondern es ist halt ganz klar, hey, das ist jetzt das Spiel, das ist jetzt das, was wir machen und danach wird getauscht. Und das kann sehr aufschlussreich sein und auch sehr erregend für beide Seiten. Die fünfte und letzte geheime Vorstellung, die Frauen haben, die ich auch in fast jeder Beratung höre, ist, etwas mit einer anderen Frau zu haben. Es ist bei vielen heterosexuellen Frauen so, dass sie sich vorstellen, was mit einer anderen Frau zu haben. Bei den allermeisten Frauen ist es tatsächlich so, dass sie es nicht aktiv umsetzen wollen oder zumindest nicht aktiv angehen. Sondern es eher so eine Vorstellung ist und so eine Idee von, oh, ich würde es gerne mal ausprobieren. Es ist ja was dran, dass Frauen und Männer in der Regel im Mittelwert verschieden sind und dass Frauen durchschnittlich anders küssen als Männer Frauen durchschnittlich anders berühren als Männer. Und es ist natürlich so, dass wenn du als Frau was mit einer Frau hast, dass die Frau den gleichen Körper hat wie du und demnach vielleicht tendenziell auch besser weiß, wie du funktionierst. Und es ist deswegen natürlich eine bereichernde, interessante Erfahrung sein kann, was mit einer Frau zu haben, die ganz anders auf den Körper eingehen kann und eventuell wird, als es ein Mann kann, der halt einfach nicht das gleiche Geschlecht hat wie du. Frauen sind da verschieden. Manche Frauen finden die Vorstellung einfach so im Kopf nur gut. Manche Frauen wollen es ausprobieren und auch da, manche Frauen sagen, hey, wenn ich es ausprobiere, dann mit meinem Partner zusammen in der Form von einem Dreier. Wieder andere sagen, nee, wenn, dann möchte ich das gerne ganz alleine machen und da ganz ungestört sein. Da könnt ihr einfach offen drüber reden. Und auch hier wieder, viele Frauen haben die Vorstellung, also wenn du sie auch hast, dann ist mit dir alles total normal, alles total in Ordnung. Red einfach offen darüber. Meiner Erfahrung nach finden die meisten Männer die Vorstellung auch sehr schön und haben da jetzt kein großes Problem mit und auch kein großes Eifersuchtsthema, sondern sind eher so, oh ja, toll und wenn du es machst, dann lass mich dabei sein. Das ist also meistens eine große Aufgeschlossenheit da. Ganz wichtig ist hier aber auf jeden Fall zu wissen, es ist normal, es ist in Ordnung. Und heutzutage ist es sehr glücklicherweise auch überhaupt nicht mehr tabuisiert, sondern wirklich was, was du derzeit gerne ausprobieren kannst oder worüber du reden kannst, wenn du das gerne möchtest und wenn es was mit dir und deiner Lust macht. Wichtig ist für dich zu wissen, alle sexuellen Fantasien sind okay. Alle sexuellen Würde sind vollkommen in Ordnung. Du darfst dazu stehen, du darfst offen darüber reden. Und du als Partner oder Partnerin darfst immer offen zuhören und bitte nichts verurteilen. Deswegen kommt in Gespräch, redet darüber, was ihr möchtet. Das wird eure Sexualität bereichern, weil ihr mehr ausprobieren und mehr davon wirklich umsetzen könnt.